Nach, nach! Hau ab, lass mich in Ruhe! Wie alt bist denn du? Zwölf? Und du? Vierzehn? Und du? Warum seid ihr hier? Wollt ihr Krieg spielen? Geht nach Hause, spielt was anderes. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Ich will meinen Sohn, und zwar lebend. Wir sollten lieber stolz sein auf Ihren Sohn. Er hat zwei Panzer abgeschossen. Der Führer persönlich wird ihn heute dafür auszeichnen. Sie sind jung. An welcher Front haben Sie gekämpft? Ich... ich hatte noch nicht die Ehre. Es ist Ihr Glück, dass Sie noch nie eine Schlacht erleben mussten, und jetzt seien Sie vernünftig und schicken die Kinder nach Hause. Wir werden die Stellung halten bis zum letzten Mann. Und welche Stellung soll das sein? Das ist keine Stellung, das ist eine Falle! Die Russen werden euch von zwei Seiten in die Zange nehmen, und ihr könnt noch nicht mal wegrennen! Wir werden zurückschießen. Mit was denn? Wir benutzen die Flak als Artillerie. Die Russen sind mit mehreren Armeen im Anmarsch, mit Panzern und schwerer Artillerie. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ihr könntet diesen Sturm auch nur für fünf Minuten aufhalten! Wir haben es dem Führer geschworen! Habt ihr denn noch immer nicht begriffen, der Krieg ist verloren! Es ist zu Ende! Feigling! Feigling!